Wer, wenn nicht er? Herbert Kickl ist der logische Nachfolger und auch der logische Parteiobmann. Es war ein großer Fehler, Norbert Hofer vor zwei Jahren überhaupt zum Bundesparteiobmann der Freiheitlichen Partei zu nominieren, denn er mag, wie gesagt, vieles sein, ein guter Nationalratspräsident, vielleicht auch ein guter Bundespräsidentschaftskandidat, aber er war eben kein Parteiobmann, und zwar kein erfolgreicher Parteiobmann, einer Oppositionspartei, und das hat sich jetzt bemerkbar gemacht, und Herbert Kickl ist die sogenannte Antipode, nämlich jeder, der beinharte, strategisch richtige Oppositionsarbeit betreiben kann, und zu dieser ganzen Gemengelage, wo man nunmehr sagt, ja, man kann dann mit Herbert Kickl möglicherweise in keine Koalition mehr mit der ÖVP gehen. Herbert Kickl weiß im Unterschied zu manchen anderen in der Freiheitlichen Partei, dass man sich eine Koalition nicht erbetteln kann, sondern sich erkämpfen muss, und zum Erkämpfen gehört ein gutes Wahlergebnis, dass man Regierungsverantwortung wieder trägt, Das weiß Herbert Kickl, denn er hat das seit 20 Jahren zuerst an der Seite von Jörg Haider, dann an der Seite von Heinz-Christian Strache von der Pike aufgelernt, wie man Politik, und zwar freiheitliche Politik, in Österreich betreibt. Besprochen, Herbert Kickl hat da sehr viel Erfahrung, dennoch die Umfragewerte, die zeigen auch bei der FPÖ hier eine Stimmenabnahme. Inwieweit wird sich das auch wieder erholen für die FPÖ, oder heißt das jetzt einmal für die nächste längere Zeit da durchhalten? Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass Herbert Kickl die letzten eineinhalb Jahre die FPÖ-Politik entscheidend beeinflusst hat. Er ja an der ersten Reihe gestanden ist, währenddessen Norbert Hofer sich eher um andere Dinge gekümmert hat, aber nur nicht um die Oppositionsarbeit im österreichischen Parlament. Das heißt, das Gesicht der Freiheitlichen Partei war die letzten eineinhalb Jahre schon Herbert Kickl und hat es zustande gebracht, dass die Freiheitlichen in diesen sogenannten Umfragen wieder an die 20 Prozent herankommen, sprich die IWI-Zertelle von vor zwei Jahren durch Heinz-Christian Strache wieder ausgeglichen wird. Und ich glaube, dass die Freiheitliche Partei mit Kickl und einem geschlossenen Nationalratsklub und einer größtmöglichen Geschlossenheit auch in den Ländern wieder die Chance hat, eine Freiheitliche Partei auf Erfolgskurs zu bringen, wie in den Jahrzehnten zuvor. Ich erinnere daran, dass man Jörg Haider immer in den Umfragen mäßig beschlecht behandelt hat. So ist es auch Strache gegangen. Jeder hat bei den Umfragen gemeint, Strache Haider, die FPÖ wird nicht gewählt. Und dann wurde sie doch von jedem dritten oder vierten Österreicher in diesem Land gewählt. Das heißt, gerade bei der Frage,